Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Ja, wir legen auch gleich los. Episode 5 sollte eigentlich dran sein, ja genau. No time left. Wir erinnern uns, wir wurden gebissen. Also Lee wurde gebissen, nicht ich logischerweise. Es gibt viele Batterien in einer dieser Boxen. Hier, ihr könnt auch ein paar. Ich denke, wir sollten nach deinen Eltern gucken. Sie bleiben immer in der gleichen Ort, wenn sie da sind. Die Marshenhaus? Ja, das ist es. Du bist nicht in die Stadt von der Straße gekommen, hast du? Wir müssen gehen! Ja, warum? Clementine? Clementine! Oh, oh. Clementine ist weg. Wo sie ist, ich muss sie finden. Das ist etwas, ich muss alleine machen. We'll look for Clementine together. Hell yeah. I don't know why you're looking over here, Lee. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. Clementine? Clementine? Tony? Woo! Ja! Ich bin, ja, gespannt. Ich weiß es nicht. Ich habe ein wenig traurigen Respekt vor der Sache, die jetzt so kommen wird. Vernon! Get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Queen? Clementine? Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't the kidnapping, Lee. I can think of one more person I'm gonna hurt, motherfucker. I'm gonna hurt you. Huch? No, you're not. There's a ocean of death between you and me and her. And if I can thank God for anything anymore, it's that. Da war leider die Auswahl noch nicht da, also beziehungsweise noch auf Tastatur gestellt, deswegen habe ich jetzt leider eine etwas rabiate Version genommen. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. Naja, sagen wir es mal so, uns kann ja eh nicht mehr viel passieren. We can deal with it, together. We're going to need to hurry. How's that feeling? Not great. Nö, haben wir offensichtlich nicht. Na klar, es bleibt wieder bei mir. Okay, es war eine Idee. Was haben wir hier? Eine Waage. Okay. Wir schauen natürlich überall wie immer wieder rein. Wer ist dieser Vernon? Oder dieser Nicht-Vernon? Jetzt sagt er, heißt gar nicht Vernon. Ich hab da schon so mal eine Theorie, womit das zusammenhängt. Aber die verrate ich natürlich noch nicht. Gut, da nimmst du dann offensichtlich nichts. Hier noch was dran. Offensichtlich nicht. Okay. Ähm, geht das? Ja, oder weitere Zombies dran. Oh nein, mach noch nicht schlapp. Noch nicht. Oh nein. Der kann noch nicht schlapp machen. Christ. What the hell happened? It's a bite. Well, what can we do? I don't know. Help me move him. Jesus. Are you sure this will help? You got any better ideas? Okay. It's now or never. Whoa! Stop! He's awake! He's awake! He's bitten. We've still got to do something. Oh. Do we have to cut it off, though? We're trying to save him. At the very least, buy him some time. But this way? Do we know it works? Of course not. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. If there's any chance, this saves his life, then we'll take him. Oh, come on. Oh, die kann mir doch nicht meine Hand abschneiden. Aber... This is going to hurt. Oh, God. Oh, God. Oh, nein. Oh, nein. Mhm. Mit einer Säge. Das dauert ja auch gar nicht lange. Oh! Oh! Ich gehe so schnell, wie ich kann. Oh. 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 Oh, Leute, war das eklig. Ah. Ah. Oh, my God. You're alive. It was getting to the point where we figured you weren't coming back. Ah. Ich werde wohl, sonst hatte das alles gar keinen Sinn. Ich will nicht auf jemanden, ich will nicht auf jemanden. Wir müssen so schnell wie möglich gehen, und sehen, ob wir es zu einem Schlauch, oder sogar der Ruf. Oh man Leute. Oh und bei uns am Glück kriegen wir doch gleich wieder Besuch oder so, ne? Oh Gott. Komm, hier hoch. What? So yes then. Okay. Oh man, Leute schaut euch das an. Das sind so viele. Oh shit. Die komplette Stadt ist jetzt überflutet. Wir haben die alle mitgebracht. Die Flüge nicht zu lange vor? Die Crawfurt-Bastards haben eine Sache gemacht, ich glaube. Es gibt ein Tausend. Sie haben uns hier folgen? Es scheint, aber das kann nicht sein, kann es? Das ist verrückt. Sie können nicht nachvollziehen. Sie einfach rohieren. Wie geht es um den Tren? Clementine ist da irgendwoher. Sie haben alles in der Zeit. Wir kommen zu ihr, Lee. Wir machen was wir müssen. Hm, duzent. Wow. Ja. Schnipp, schnapp, Händchen ab. Naja, könnte er vielleicht noch... Ach, guckt mal. Genau, hier sind noch Fußspuren. Die über die Redigen fuhren. Und da ein paar Schwupps über das Dach hinaus, hoffentlich. Also, liegt zumindest hier oben hoffentlich nicht rum. Hier oben ist Ben. Ich würde sagen, wir reden mal kurz mit Ben. Guck mal her. Äh. Och. Hm. Wirklich? Nein. Es ist eine Todesmacht. Es ist schrecklich. Aber ich versuche nicht zu uns. Wenn wir nach der Belltower kommen, wir haben vielleicht ein bisschen Druck auf all diese Walken. Aber dann gehen wir einfach durch die Straße? Ich weiß nicht. Was denkst du? Ich denke, ich schaufe auf mein Schmerz. Ein Schmerz der Todesmacht. Ich versuche, dich zusammenzuhalten. Du musst aus diesem Roof gehen. Du bist mit mir gekommen. Du glaubst nicht, ich würde? Wie gesagt, Clementine war mein größtes... ...wäh, nur reales Fan. Ich wäre ein großer Scheiße, wenn ich nicht.